Hallo und Willkommen zu TheForest, zur dritten Folge und einer neuen Version, die 0.17. Jetzt wirklich mit Webcam sieht man ja... Hallo! Das ist peinlich. Äh, nee. Ich mach immer wieder eine... Ich weiß nicht. Soll ich ja eine neue Welt machen? Ich mein... Ja, ich will eine neue Welt hatte. Die letzte Aufnahme, die hat mir gar nicht gefallen. Von der Welt her. Das war eine ganz komische Welt, ne? Das war irgendwie keine Welt. Das war so aus wie das Ende der Welt. Da war so gar nichts mehr wohnen, war alles irgendwie voll hügelig. Und die Ladezeitsich sind ein bisschen verkürzt. Ja. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Und gleich werden wir sehen, einfach das Papier bleibt hier einfach liegen, ne? Alles passiert hier. Chaos brischt aus. Aber das Papier... Die Papierdecke bleibt ja liegen. Das gibt's doch nicht. Oh, sie fassen aber sehr wenig. Ne, was? Was? Äh, äh... Meine Damen und Herren, wir sind soeben durch den Boden gefahren. Nehmen wir mit. Worauf wartest du? Was ist denn da hinten los? Fall die Schattenspiele. Alter, ich hab hier auf Medium und fall die FPS-Einbrüche. Was ist denn da hinten schon ein Laufensinn, oder? Boah, ich... Alter, stimmt hier mit der Grafik. Ich muss hier nochmal schauen. Äh... Aber in Fahrt braucht man nicht, da... Über Gras braucht man nicht so viel. Motion Blur mach ich mal... Mach ich mal aus. Das ist... Nee. Sunshine kann bleiben. Bloom... Kann ich ausmachen. Also brauche ich nicht unbedingt... Scattern, naja. Shadows brauche ich auch nicht unbedingt. Anti-Lacing... Ist eigentlich auch so eine Sache. Achso, hier ist er schon mal vorgewählt. Ich hab auf Medium, ne, verstehst du? Ultra-Low, komm. Nicht auf High. Ich mach jetzt mal auf Low. Mal schauen, wie das aussieht. Fast... Es sieht, äh... Schlimmer aus. Aber es ist noch genauso rucklig. Bis auf 5 FPS. Soja, hier ist das abgetrinnte Bein. Hier, ne, siehst du nochmal... Es ist einfach da. Egal, was sich verändert, das Bein bleibt. Gleich noch was übersehen. So, Alter... Wo ist man das essen? Hier, oder? Ah, ja, ja. Hier, der Stuhl, der fliegt doch eindeutig. Der fliegt, alter. Der ist irgendwo befestigt. Warte. So, mal schauen, bis die nächste oben auf. Aber was ist mit Schatten hier? Oh, nee. Ein ganz echtes... Reset... Medium. Komm, äh, extrem rucklig, aber scheiß drauf. Wirkstens sieht man den Schatten irgendwie. Gut. Wir holen hier so einen 10-Pixel-Schatten ab. Oh, oh. Wollte ich gar nicht. Ich hab gar nicht gesehen, dass da ein Hase ist. So, ich mach generell immer erst die Kisten auf. Weiß nicht, ob's sinnvoll ist, aber ich bin dran gewöhnt und ich hab's bisher nie bereut. Also, weil ich zu lange dort war. Komm, mach die Kiste auf. Hallo? Kiste? Mach die Kiste auf! Die Kiste! Okay, geht nicht auf. Eine Kiste vor allem im Koffer. Oh, der ist schon... Der ist ja schon auf. Ich, äh... Was? Die Kiste war ja schon auf. Das ist... Äh... Alter, der Lizard, was war das denn so ein Viech? Alter, das war doch kein Lizard. Das war jetzt irgendwie so ein... Ich weiß gar nicht, Alter, vor allem dieser, dieser Lizard, ne? Der ist einfach... Der hat sich weggeportet, halt. Alter, ist ja wieder am selben Ort, oder? Hier hinten ist dieses komische Feld, wo es dann zu dieser... Zu diesem Arsch der Welt hingeht. Ich denke, ich auch rein. Nee, was ist das überhaupt? Ein Rechner, oder? Irgend so eine Kiste aus einem Flugzeug wahrscheinlich. Irgend so ein Getränkemacherhalter rum. Keine Ahnung. Scheißball! So. Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe jetzt eine Weile nicht aufgenommen. Das sieht man. Ich habe seit, äh, gestern mit Werkzeiten, fünf Tagen, habe ich nichts hochgeladen. Denn... Medium, verstehst? Was ist das überhaupt? Sondern es hier so irgendwie... Diese... Diese Fusseln da sein. Fusseln. Oh, hallo! So, es gab jetzt einen Patchnote, wie gesagt. Ich habe mit mir grob mal durchgegessen, was drin ist. Auf jeden Fall einige Bugfixes. Also kann ich sagen... Es sind jetzt noch mehr geworden. Noch mehr Bugs. Weil jeder Bugfix bringt auch mehr Bugs mit sich. Das ist inzwischen schon ganz normal. Kein Spiel hat keinen Bug. Nicht mehr ein Spiel, das keine Bugs hat. Das werde ich widerlegen. Und demnächst ist es auch eine Alfa. Die dürfen sich es erlauben. Immerhin hauen sie eine Menge Fixes raus. Aber irgendwie sind da immer noch eine Menge Bugs drin. Teilweise neue. So, ich renne einfach mal spontan in diese Richtung. Ich komme irgendwo am Strand heraus. Ja. Weiß nicht, der Strand, wo hier hinten dieser Baum stand. Boah, ganz echt, die Map hat sich komplett verändert. Es ist aber kein... Es ist noch kein Windom Generator, glaube ich. Generator. Generator, glaube ich. Hier ist schon das erste F.E.G. Da hat noch eine... Warte, noch eine Kiste. Ich glaube, gleich kommen ein paar Einwohner. Lizard! Ist meine. So, sieht immer schön aus. Auf High, Medium, Medium, High, Medium was? Medium, High, High, Medium, Medium, High. Hier natürlich ist kein guter Ort. Aber ich glaube, Häuser sucht kann wieder ein paar Tage dauern. Ich will sie nur schlachten. Ich will sie nur schlachten. Auf angenehmer und menschlicher Weise. Kette durchschneiden. Alter, das ist ein Tier. Alter, da ist ein Tier. Ich wollte es gar nicht. Alter, da traut man sich schon kaum noch Tiere zu töten. Na ja, ich habe den Blatt. Pfff. Ich bin auch gerade covered im Blatt. Oh, hier ist der Anker, das heißt, da ist das Zelt. Da ist die Ausrüstung. Ich wollte den gar nicht anziehen. Was haben wir überhaupt? Ein Hase, zwei Lizards und dreimal Generic Meat. Ist wahrscheinlich wie ein Rust, einfach so... Einfach Fleisch, so Hasenfleisch. In Wasp ist ja alles Hase. Schwein, Zombie, Bär, alles war Hase. Das sind doch die Guten, ne? Das sind die Guten. So, hier wäre natürlich ein schöner Ort. Hier wäre es sonnig und... Alter, diese Dinger gehen ein Stein auf die Nerven. Kann ich die hochdrehen oder machen die so viel aus? Und was ist das denn überhaupt? Wenn ich das jetzt mal hier auf, äh, Video mache, ne? Nichts mehr ist da, das ist auch ganz gut. Gefällt mir auch. Nee, 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 nee. Es ist besser geworden. Es ist... Es sieht man kaum noch. Also man sieht es kaum noch. Diese komischen... Ich weiß nicht, was es sein soll. Okay, ich würde jetzt gern trinken, aber irgendwie ist das, äh... Ich weiß nicht, vorhin ein bisschen leerer. Pilze hasse ich nicht mehr, vor allem nicht. Die hier, das sieht man jetzt. Ne, hier... Fliegenpilze, weißt schon, gefährlich. Außerrichtige Männer, die essen die. Oh, oh, das Boot. Well, was? Alter, voll die geile Lagune irgendwie. Hier hat sich nichts zu bauen. Soll hier eine Höhle sein, oder kommt hier eine Höhle hin? Aha. Weißt du Bescheid? Höhle, ich glaube, das ist ja sinnvoller gewesen, da hinten reinzuspringen. Egal. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich von Hallen attackiert. Können wir es schaffen? Können wir es schaffen? Können wir es schaffen? Oh, 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 oh. Hi, 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 hi. Ah, du bist, hi, oh, du bist... Ah, ich hasse es. Machen wir continue, mal schauen, ob wir... Gar nicht peinlich. Nix. Oh, oh, wir sind hier drin. Ich dachte, die hätte was gleich überschrieben, aber anscheinend nicht. Ist aber irgendwie schön, so, ne? Das ist... Das war kein Traumhaus. Sind die Bäume respawned, oder? Tatsache, die Bäume sind respawned, das hatte ich noch nie. Bei Kronk ist es jedes Mal passiert. Ich habe immer gehofft, dass du es... Wir sind voll. Seit wann machen denn Lissat solche Geräusche, als würde man hier laufen? Ich dachte, mir würde ein Einwohner auf mich zu rasen, aber es war keine. Das ist sehr mystisch. Ich schaue gleich mal einen auf den Grill. Hattet ihr Feuer los? Alter, was ist das für ein Feuer, Alter? Voll animiert. Ja, Mama, hi. Es ist Tatsache, es ist egal. Es ist egal. Es sieht sehr komisch aus. Aber das hier mache ich auf Medium, ne? Das, äh, muss man stehen. Damit hier nicht diese komischen Vierecke rumfliegen, die wahrscheinlich irgendwelche Partikel darstellen sollen. Diese Flusen von diesen Pflanzen. Aber... Hier. Alter, das ist Feuer, das sieht... Alter, das ist Feuer. Was ist das für... Was ist das für ein Feuer, Alter? Ich weiß nicht. Schön. Gefällt mir. So, ich, ähm... Weißt du, was so großartig in hier nur dazugefügt? Sonsten nix. Wir könnten ja das mal reinbauen. Oh, schau mal. Da wächst ja schon was. Ich will nur diesen Stein, der ist sowieso... Ich hoffe, ich kann... Läuft super. Ähm... Mh, mh, mh... Geht ihr eigentlich hier so anbauen, oder? Was ist das? Also nicht reingebracht, dass man ihn trotzdem anbauen kann. So, was ich gerne machen würde, wäre ein bisschen in die Richtung hier hinterbauen. Allein wegen der Tatsache, dass dort einmal die Wand eingestürzt ist. Was ist das so? Das passt so irgendwie. Irgendwie geht schon alles. Hier habe ich eigentlich was Kleines vor. Ich weiß ja nicht, ob das funktionieren wird. Wird, wird, wird. Das sieht schon schräg aus irgendwie. Ich weiß gar nicht. Na, so. Alter, alter. Da mache ich das einfach so hier, ne? Das ist so. Ist das hier gerade? Das ist doch ein bisschen schräg. Weil ich will hier nämlich... Ähm, mhm... Wo wollen wir es denn? Plattform ist es nicht. Plattform wäre eigentlich auch eine Idee gewesen. Nee, weißt du Bescheid? Ich habe was vor. Ich habe was Kleines vor. Das, äh... Läuft super. Nee, das muss ja nicht sein. Okay, L bringt anscheinend gar nichts. Also, guck mal, wenn ich jetzt in dieser Höhe... Ah, okay. So macht, ne? Alter. Ja, so sieht das eigentlich einigermaßen gut aus. Schätze ich. Was brauchen wir denn dafür? 41 Loks in Ruhe. Hät mir viel mehr vorgestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es so bauen kann, wie ich jetzt vorhabe. Was ist das denn gerade? Hallo? Ist der Lissert wieder auferwacht? Der Knitter... Ist mich gerade irgendwo geklitscht? Nee. Hat sich gerade so angefühlt, als wäre ich irgendwie geportet worden? Oder als hätte ich irgendwas berührt? Nein, 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 nein! Wenigstens, äh, irgendwie. Wie soll es eigentlich werden, wenn wir drinnen sind? Wir können nicht hier ran bauen. Oh, doch hier. Gibt hier noch eine, oder... Ein Stöckchen? Ich habe zwei Stöckchen mit. Die brauchen wir ja eh noch. Hier ist eine Pflanze. Noch ein Stöck. Blätter. Was? War ich nicht. Das kann man mir nicht... Das war ich nicht. Ich war es nicht. Ganz ehrlich, ich war es nicht. Kann man mir nicht anhängen. Ich habe ein Video beweist, dass... vielleicht bestätigen mag, aber... es war keine Absicht. Nein. 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 Ich esse diese Bombe für Sie. Ich sehe ein Feuer, das ist einfach un... Un... Ah! So ist sie. Okay, jetzt sehen sie zumindest irgendwie ein bisschen besser aus. Was ist denn, Alter? Da ist noch einer. Gut, sonst ist keiner mehr da. Frag mich aber, so ähm... Content-mäßig kam ja schon lange nichts mehr großartig dazu. Ich meine, auf Forest, da muss man auf Content wirklich basiert... ...spielen. Es ist ja so, ähm... Man muss ja was bauen und wenn's zu wenig gibt... Ja, ja, tu ja erstmal dich ausruhen. Wenn's ja zu wenig gibt, dann, ähm... Hab noch nix zu tun. Das heißt, das Spiel wird dann so ein bisschen langweilig. Aber mir macht's immer noch Spaß. Ich meine, man kann auch großartig experimentieren. Vor allem jetzt hier auch mit der Foundation beispielsweise. Gefällt mir auch. Der fällt sogar mal richtig. Also, klar, ich glaube mal... ...imm das von 41. Ich... Da kann man langsam... Naaah! Das sieht... ...kann ich aus wie 41, Alter. Das sieht aus wie 70, 80, 100... wir brauchen immer noch 29 das kann irgendwie gar nicht zutreffen oder doch ich weiß es nicht